Benzema, Messi, Sergio Ramouse, die wollen alle hier Geld verdienen, so wie ich. So ist der System. Du musst verdienen mehr. Mehr Geld, glaube ich. Kleingeld ist das. Was die in Europa verdienen, das ist Kleingeld für mich. Deshalb ich spiele hier. Ich habe hier in Saudi-Arabien einen eigenen Palast. Mit Einkaufszentren, Friseur und 30 Mitarbeiter. Und Benzema hat das gesehen in meiner Insta-Story. Und er will jetzt auch hier wechseln. Für mich bezahlen die in Saudi-Arabien 500 Millionen und so viel will Benzema auch verdienen. Ich habe ihm gesagt, komm, wechseln zu meinem Klub. Dieser Idiot hat falschen Vertrag unterschrieben. Er hat unterschrieben bei all dem Etat, dieser Idiot. Er wollte zu meinem Klub wechseln, jetzt irgendwo anders diese Castravez. Messi will jetzt auch so viel Geld bekommen wie ich. Aber ich glaube, er sollte lieber zu Barcelona zurück. Ich glaube, er spielt zwei Saison bei Barcelona und dann kommt er auch hier in Arabi. Ramose wird aber wechseln zu meinem Klub. Wir hätten alte Real Madrid hier machen können in Arabi. Aber dieser Idiot Benzema hat zu falschen Klub gewechselt. Er kann nicht mal lesen. Er hat Vertrag gesehen, einfach unterschrieben. Wir hätten alte Real, äh, bilden können hier. Die Arauber, äh, haben so viel. Moneten, äh, die spielen Ultimate Team. Die kaufen jeden Spieler, den sie wollen. Die spielen FIFA Ultimate Team in echtem Leben. Kommst du hier und verdienst du Geld. Komm hier, Habibi. Äh, kommt alle nach Arabi.